Guck mal, ich komm wieder hin. Oh mein Gott. Das war das letzte Mal. Nee, wieder. Ich fick euch. Ich ficke den Block. Zum letzten Mal endlich in diesem Bus. Film mal bitte, wie dieser Typ schnarcht da drüben. Guck mal hier, hör mal. Das war der letzte Mal. Ja hier. Du bist so, wie du das? Ja. Du bist so, wie du das? Ja hier. Du bist so, wie du das? Ja hier. Wie ist das? Das ist der Wagen. Das ist ein Schlafen. Ja hier. Ja hier, ich hab dich. Ich bin der Wagen. Easy, 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 are you ready? Ey, verpiss dich sofort, ich schwarzen, Alter. Are you ready? Geh weg. Mann, ich f*** dich, geil. Letzter Tag Berlin. Ich f*** dich und dein Letzter Tag verpiss dich. Verpiss dich. Na, wie geht's? Wie geht's dir? Es geht zum Glück. Besser als gestern? Ja, zum letzten Mal in diesem räudigen Bus hier geschlafen. Oh mein Gott. Rückenschmerzen irgendwie heute, ich weiß auch nicht warum. Was willst du hören? Sag mir. Mach mal 100 Bars. Mach mal 100 Bars. Wir sind heute in Berlin. Meine Stadt. Heute bin ich heute in Berlin. Ey, was geht ab? Wir sind in Berlin. Das große Finale. Wir haben einen irren Gast heute. Was geht? Es geht ab, es geht ab, es geht ab. Mein Partner, Eyside. Ihr wisst ganz genau, was für schlimme Trap-Banger passieren zwischen uns. Ja, und da kommen noch viele, viele Sachen. Viele Sachen. Aber schlafen. Was geht ab? Ah, ja. But die sind weg? Also geht es nicht. Aber ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ist das alles? Na ja, in den Barsch ist das. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Ja. Ah, das ist mein Freund! Wir sind gerade in Berlin, Finalshow und ich bekomme jetzt mein neues Fahrzeug übergeben. Der Kollege wurde eingeladen, der bringt ihn gerade in einem Konvoi und ich hole ihn jetzt ab. Das, Ladies and Gentlemen, ist mein neues Fahrzeug. Wow, was soll ich sagen? Wollt schon immer haben. Das ist der liebe Herr, der das mit ermöglicht hat und organisiert hat, der Philippe, bester Mann. Heute erstmal Konzert, Finale, ne? Ich muss mich erstmal hier reinsetzen. Erst mal gucken, wie viel Platz der hat hinten. Ja, Mann, das ist ein Kofferraum. Das, Ladies and Gentlemen, ist ein Kofferraum. Da kannst du auf jeden Fall das eine oder andere Nickaschen machen. Schwarz-grau. Ah, dieses Geräusch! Leute, macht kein Auge, ich mach auch kein Auge, ich flex mit gar nichts. Ihr seht doch in jedem Blog, ich hab gefälschte Sachen, alles billige Klamotten. Das ist auch übrigens gefälscht. Aber gönnt mir doch wenigstens ein Fahrzeug, damit ich von A nach B komme. Aber wach bist und macht sich schlimm. In der Stadt Tieren, Mama macht gefälsch. Begge paar Probleme, aber alles okay, wenn die Worts nicht drehen. Jeder suchte den Exit. Bis heute die Stadt nie gewechselt. Danke dir! Danke dir! Ich freu mich auf alle Strafzettel. Hast du einen Impfausweis? Zeig! Kommst du hier einfach so rein? Das ist Corona-Hochzeit. Okay. Bist du ready, Bro? Bruder, frag mich diese Frage noch einmal. Bist du ready? Bist du ready? Komm mit mir ins Nebenzimmer, dann zeig ich dir. Bereit zu sterben. Frag nicht. Ich bin gerade in Berlin. Was machen wir hier? Kannst du einen Sonngrill absetzen? Kannst du einen Sonngrill absetzen? Ja, ich bin gut. Ich hab alles auf meinen Augen geschaut. Einmal lächeln. Ja, safe. Aber Gott sei Dank ist das Ende. Ja, ein bisschen. Reicht. Aber war doch geil. Man will es bestimmt vermissen. Auf jeden Fall sogar. Aber es ist auch geil, dass es zu Ende ist. Aber wer weiß. Wer weiß. Komm, 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 komm. Jetzt kommt ein Tor. Angetäuscht. Nein. Ball für Löwen. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Heute, meine Löwen, ist das absolute Finale. Heute, meine Löwen, sind wir keine Runde mehr. Wir sind Löwen. Okay. Das große Finale. Heute in Berlin. Ich glaub, wir sind alle sehr aufgeregt. Wir haben alle sehr viel Besuch da. Aufsache, mein Bruder David ist. Ihr wisst ja, ich verteil gerne Küsse. Die neue Kollektion kommt. Morimau, die zweite. Und die dritte auch. Aber wir haben was sehr Schönes geplant. Nehmen wir uns auch mit am Start. Ich bin mit dem Bruder David dabei. Wir machen zusammen die ganzen Sachen. Macht euch hier fast noch was gleich. Was ist die letzte Stadt von der Tour? Berlin. Kepp ist cool. Danke. Wie heisst das letzte Album? Aber egal. Wie hieß das nochmal? Jetzt, ihr habt mich gefunden. Auf die Karte. Auf die Karte, ich gebe auf. Das wäre leid, Bruder. Kein Problem. Boots, Boots? Welches Jahr? Ja? Boots? Sag doch, Junge. 21. Richtig gut. Sie müssten mir jetzt einen Song nennen, den Jamul heute... ... fährt vor. Danke. Hallo, Mama. Okay. Wie ist Jamul? 25. Wirklich. Danke. Auf welchem Tag war P.A. Sports das erste Mal in Berlin? Wie viele Kollapsalbums haben P.A. und K.A. zusammen? Vier. Starr. Es geht bei dir, Bruder. Heute ist Finale, Bruder. Finale. Wird ihr vermissen? Finale. Bruder, ich vermisse das jetzt schon. Für mich, ich sag dir ehrlich, sobald die Tour zu Ende ist, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Stopp! 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 Heute Moshpit. Zeig mal die Halle einmal, zeig mal die Halle. Kennst du den Kreis im Fußballstadion? Ja. Genau so einen Kreis mache ich noch gut. Vor der Stage. Life is Pain Tour 2022 Finale. Und ich warte, bis es losgeht. Ich stehe seit 15 Minuten. Ich bin ready. Nächste Show in Berlin. Es war mir eine riesengroße Ehre und eine Freude zugleich, nach vier Jahren wieder auf Tod zu sein. Es kommt neuer Scheiß, neue kraftvolle Musik. Ihr werdet es hören. 8 von 10! Alle Hände hoch! Alle Hände in Berlin! Alle! Heute ist ein sehr, sehr wilder Tag. 8 von 10! Wir haben eine Überraschung für dich! Wir waren doch so jung, und haben nur eine Scheiße gebaut. Dann hackten uns bald und wir landeten alle im Bau. Was geht ab, lieber Block? Was geht ab? Wir haben heute einen Ehrengast, hast du den schon be- Ich meine, ja, so, geht schon? Ich verschläge kein Wort, was? Wir sind immer ready. Wir sind ready geworden. Wir sind sudden, we sind es hasta, wir sind alle. Fight Samuel! Wir sind froh und bewusst, dass wir den Kopf zurück� Sind und Schluss fragen für die personas anbieten! Was lijn Nope! Uh37are und Gefangeln W Shine! Ah Mike, du bist so, glaube ich. Let's go! Let's go! If you've done anything! Do you know what I'm saying? No, ok. Ok. Or could you not wait for the song? Actually, it's so emotional. What's going on now? Today, we're going to finish with you. 1,8 million Steaks! 2 million Steaks! What do you want to like? Do you have any? Do you want to toss out? Over here? Mohsie! The final lap of the squad! This Ben Yucke? Sorry! favourite team! And it has come to the process! Echt, du heiliger Sturm! Leif ist! Leif ist! Ist der Entscheidung dieses Kubikens widersetzt? Jani, du hast uns alle zu Hunde gemacht? Überlaufen an Emotionen liefern, aber... Denkst du im Ernst, das war alles? In der Schweiz, viermal Quartin und fünfmal Köln! Viermal Quartin und fünfmal Köln in der Schweiz! Lass! Wenn die Platten nicht richtig sind, sind sie fertig. Aber Bruder, herzlichen Glückwunsch! Weißer hoch ist Platte! Löwen! Es ist soweit! Es ist vorbei! Es ist einfach fertig! Goofy! Die Tue ist vorbei! Elhamdulillah! Der beste Kameramann! Wir lieben alle Marwan, weil er macht die besten Vlogs und die besten Videos! Und Marwan ist ganz cool und wir mag ihn! Ich wünsche dir morgen alles Gute, wenn du in der Schweiz bist, Bruder! Und war eine schöne Zeit mit dir! Irgendwie schön, dass es zu Ende ist! Das war krass! Danke für alles! Ich hoffe, ihr habt gesehen, was passiert ist! Ich hoffe, der Marwan hinter der Kamera hat aufgenommen, was ich heute alles gekriegt habe! Ich bin echt dankbar dafür! Ich habe gar keine Worte eigentlich! Jetzt ist die Tour vorbei! Die Tour ist leider vorbei und ich hoffe, es geht noch viel weiter! Ich hoffe, noch mehr Platten, noch mehr Zeit mit euch! Danke euch bin ich jetzt da, wo ich bin! Danke Gott! Danke für alles! Danke an alle! Danke euch! Ich liebe euch! Life is Pain Tour 2022! Ladies and Gentlemen, die Tour ist leider zu Ende! Es war einfach unfassbar! Ich habe in jeder Stadt Gänsehaut bekommen! Heute in Berlin das Finale mit unseren Leuten hier! Das war einfach unglaublich krass! Es hat mich so ergriffen und gepackt, dass mir wirklich nach der Show die Tränen kamen! Goldplatten wurden verteilt! Alte Freunde haben wir gesehen, die gesagt haben, ey, wisst ihr noch wie klein ihr wart? Jetzt seid ihr so groß! Darauf klopfe ich auf Holz! Und gebt nur noch Liebe raus! Ich mag keinen Hass! Ich mag keinen Krieg! Ich mag keine Feindseligkeit! Wir haben genug auf der Welt! Es ist Zeit, sich die Hände zu reichen! Und endlich gemeinsam nach vorne zu schauen! Life is Pain steht für guten Scheiß! Auch wenn Pain Schmerz heißt! Schmerz ist nicht immer was Schlechtes! Schmerz kann ein bester Lehrer werden! Deswegen wurden wir geformt! Zu dem, was wir heute sind! Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart! Liebe geht raus! Neue Musik willkommen und euch überschwemmen! Das war kein Front! Das war mit Liebe gemeint! Ich wisse! Deswegen! Ich bin raus! Dirty Ex! Ciao! Wir haben... Also wir haben erstmal ein Gold und Platin Regen bei Jamal sowieso auf der anderen Seite! Da musst du gleich auch mal vorbeigehen! Ein bisschen überwältigt, weil ich habe auf diese kleinen Trophäen ungefähr mein ganzes Leben hingearbeitet! Das ist auf jeden Fall Casino Royale! Deutschland, Schweiz und Österreich! Gold! Dann haben wir hier Kriminell und Siebel! In Schweiz und Österreich Gold! Und dann haben wir hier ein Multi Award! Für insgesamt 1,8 Milliarden Streams auf dem gesamten IFSP-Katalog! Bis heute! Und wir sind noch nicht fertig! Ich bin durch! Die Tour ist vorbei! Es hat sehr viel Spaß gemacht! Vielen Dank an alle, die da gewesen sind! Ich werde das nie wieder vergessen! Und wir werden auf jeden Fall eins draufsetzen! Nächstes Jahr! Peace! Und damit wir es beenden, wie es sich gehört, verpiss dich mal! Ich bin nicht auf den Sack jetzt! Ja, die Sport macht einen Step ins Geschäft, ey! Money talks, keine Checks oder Handshakes! Royal Oak is from Stars, die is sent, mate! Come in den Bosch, in den Rolls oder Bentley! Dreck auf, we cut, we burn, we do it that way! Louis Vuitton, die Jahr über ein flat rate! Der Sugar Tong ist voll mit Money Stecks, ey! Wir haben besorgen, shorty, life is fancy!